hallo und herzlich willkommen zu meiner aller allerersten folge survival games 1.9 wir spielen heute wirklich das aller aller allererste mal minecraft survival games 1.9 diamantenschwert wir mal das holzschwert und ein bisschen rüstung okay er sagt gerade so aus wie ein diamantschwert wenn ich ehrlich bin hier so okay wir gucken uns das mal an wie das hier so funktioniert ich weiß dass die holzachse sehr stark ist aber da ich zum teufel kommen jetzt hier hoch hier ja nein definitiv nicht so kann man das abbauen man kann nicht mal das abbauen und ich wüsste wie schlecht ich im jumpruns bin ich muss ja irgendwie rum springen okay komm so irgendwie rum aber es funktioniert einfach gar nicht und die sound sind einfach mega laut es kann nicht wahr sein ne guck ich will weg es ist hier irgendwie so kann man sollte nicht da reingehen wo es ein jumpruns geht ihr wisst dass ich da schlecht bin hier irgendwie rum da hat mir panzer wagen doch nicht viel gebracht aber im endeffekt nach paar versuchen klappt das klappt es dann doch da oben ist einer den töten wir schaffen wir er hat zwar eine eisener hakt es ist es ist nicht eingestellt es ist nicht eingestellt nein 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 ich muss später noch was einstellen ich geh drauf okay der ist schlecht team nein erst mal anziehen scheiße und weg okay wir müssen spätestens einstellen und zwar dass man unten diese leiste sieht das hat mir beim mir wieder weggepackt normalerweise sieht man ja diese leiste da wie lange das dauert bis das funktioniert das möchte ich wieder her holen hier schwert ich lege mich mit dem tier typen an auf jeden fall der ist ein goldapfel wenn noch kein kill da alles okay der sop der sop ich habe noch kein kill eigentlich durch den fall nicht gesehen ich gehe mal ich nehme mal mit der die arena geläftet ok liegt mehr kann ich dann auch mit der schlagen im endeffekt nicht schade tier schwert du lässt mich mal in ruhe tier schwert ich mache das e besser als du ja jetzt hat er angst bäm jawoll jawoll wir haben das finale gewonnen alles klar super ich würde sagen wir sehen uns in einer zweiten runde wir sehen uns tschüss so und willkommen zur zweiten runde survival games auf play.cubecraft.net ok ist auf jeden fall in der video beschreibung wenn ich dran denke und wir versuchen einen perfekten start hinzulegen und diese runde wieder so wie die letzte zu gewinnen so wir haben ein bisschen was zu essen jetzt ist auch die anzeige drin die habe ich jetzt rein gemacht ok da ist wieder die waffe die wir hatten gerade und hinter mir ist gleich einer ich würde sagen den töten wir natürlich wird zwar deutlich schwächer als er jo easy so also man kann auch mit fast nichts gewinnen das finde ich halt echt das ist das aufgeglichen an diese 19 wenn du gut bist hast du echt hier mega viele chancen ich sehe dich schon ich sehe dich schon nein verkackt jo da ist er weg leg dich nicht mit kankern definitiv falsch was ich diese 19 ist mittlerweile echten was mir jetzt mittlerweile echt viel spaß macht irgendwie funktioniert ja irgendwie irgendwie bin ich gut aus der 18 raus gekommen in die 19 19 so da hinten gehen wir gleich mal drauf wieder was essen dass wir hier ordentlich was haben ist das ein team ne ok ein weg hin hin nein kaum schaden und weg ich kenne mir mal das diamant auch mit dazu denn noch irgendwas interessantes schuhe jetzt ein feuerzeug den feuerzeugen natürlich nicht jetzt habe ich ein dia schwert auch mal endlich ich weiß noch mal wie viele leute überhaupt noch leben das mit startet in acht minuten alles klar und ich streife hier durch die wälder also essen braucht man 19 echt viel wenn du voll gerecht sein willst und dich auf den kampf vorbereiten sieben attack damage neun attack damage aber das geht ist viel stärker als ein diamantschwert ja ähm alles klar die bunte q ist auch wieder drin habe ich dir nicht schon getötet ne wurde von dem anderen alles getötet die war ja in der letzten folge mit uns im finale also nicht letzte folge letzte letzte runde ich kann mal dass die eisener achse einfach so stark ist nein zurück nisten jawoll es hat keiner eine chance gegen uns hat er vielleicht noch ein paar schuhe ein bisschen kartoffeln nehme ich mit rohe essen brauche ich eigentlich momentan wenig ich esse momentan schönen fisch auch ganz gechillt ok wo sind die nächsten also im 1 ich werde im deathmatch wahrscheinlich wieder weglaufen 3 players running starting in 30 seconds ok in 30 sekunden geht das deathmatch los ich würde dann wieder wegrennen und den anderen erstmal die kills lassen und dann drauf erstmal ein steak essen ok ich weiß nicht wie gut ich gerade gespielt habe also 1 9 nein 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 das ist scheiße das ist scheiße das ist zu klein das ist einfach viel zu klein ich halte das mal raus und der nächste no gg no gg naja ich habe es halt schlau gemacht alles klar ja also top werte ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge danke fürs zusehen für diese survival games runden die wir jetzt gerade hier gespielt haben und ich würde sagen wir machen sowas jetzt mal öfters das anscheinend ja ganz gut funktioniert in der 1.9 mit mir ähm und ich bedanke mich fürs zusehen wir sehen uns beim nächsten Mal tschüss tschüss